Ich klinke mich aus, lasse mich treiben, lehn mich zurück, schenk die Gedanken auf Reisen. Ich bin Mieze Katz, Sängerin der Band Mia und ich nehme euch jetzt mit auf meine musikalische Entdeckungsreise durch Portugal. Ich begegne Musikern und Musikerinnen, die voller Leidenschaft Traditionen am Leben erhalten und neue Wege beschreiten. Ich erlebe, wie moderner Fado im 21. Jahrhundert klingt und entdecke portugiesischen Hip-Hop als eine Art der neuen Volksmusik. In Portugal treffe ich auf Künstler und Künstlerinnen, die mit ihrem Sound Genregrenzen in Luft auflösen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017